Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Leicht und Locker. Wir wollen uns die ganze Zeit bewegen, Schritte machen, Fett verbrennen, Energie verbrauchen und natürlich Muskeln stärken, die dann auch im Alltag richtig Energie benötigen, also unseren Grundumsatz erhöhen. Mach somit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen einlegen. Vielleicht gestaltest du die Pause so ein bisschen bewegt, also bleib ganz locker in Bewegung. Und jetzt richte dich auf, lass deine Schultern ganz entspannt nach hinten kreisen, fang ganz locker und leicht an, dich zu bewegen. Halte den Bauchnabel, sanft nach innen gezogen, aktiviere so deinen tiefen Bauchmuskel und versuch wirklich mal locker zu lassen. Angespannt sind wir viel zu oft im Alltag. Nimm die Ellbogen ruhig ein bisschen mehr, nach oben noch. Dein Atem fließt und dann schwingst du die Arme rechts und links nach vorne, also einmal rechten Arm, einmal linken. Dreh deine Brustwirbelsäule in die Bewegung mit und lass sie so richtig schön fallen. Wirklich versuchen, fallen zu lassen. Wenn jetzt dein linker Arm nach vorne geht, schau mal, tippst du mit rechts nach vorne und umgekehrt. Also hin und her, so ein bisschen unsere beiden Gehirnhälften verknüpfen. Die Brustwirbelsäule dreht mit. Jetzt gleich wärmer, oder? Wenn Arme und Beine zusammenarbeiten, merkt man natürlich auch gleich, dass der Kreislauf in Schwung kommt. Und dann tippst du einfach weiter, lässt die Arme auspendeln und nimmst jetzt beide Arme zur Seite. Spann sie so richtig an, schieb mit den Handflächen nach außen, lass die Schultern tief und kreise jetzt mit den Armen nach vorne. Für noch schönere Schultern, immer in Bewegung bleiben. Wir werden also immer wieder zwischendurch jetzt Muskeln kräftigen und dann wieder locker in Bewegung kommen. Dann kreist du nach hinten. Spür die Schultern, darf schon sein. Letzten, noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ohne Arme und nach außen tippen. Ruhig so richtig auslockern, ausschütteln. Ganz außen bleiben und die Arme von rechts nach links schwingen. Hin und her. Ruhig auch hier wieder etwas höher die Arme. Ruhig. Die letzten. Noch acht. Sieben. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ganz langsam zur Mitte einpendeln. In der Grätsche hier bleiben. Ich zeige es dir seitlich. Dein Gesäß nach hinten absetzen. Rücken ganz gerade, Oberkörper in der Aufrichtung. Und nach oben spannt dein Gesäß an. Komm tief, Oberschenkel parallel zum Boden und wieder nach oben. Wenn du möchtest, nimmst du die Arme einfach nach vorne und wieder zurück. Kraft Beine. Große Muskeln verbrauchen natürlich auch viel Energie, verbrennen viel. Also Beine sind immer wichtig zu trainieren. Nicht nur für den Alltag. Nicht nur für den Alltag. Dein Tempo, deine Bewegungsweite. Noch vier. Mach nur weiter. Drei. Zwei. Halte unten. Und richte dich auf. Und mach einen lockeren Schritt nach rechts und links. Genau. Hin und her. Wieder in Bewegung kommen und ganz entspannt mit deinem Ellbogen die Bewegung anführen. Und dann den Oberkörper rück richtig schön mit zur Seite nehmen. Noch mal. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Arme langsam wieder lösen, langsamer werden und wenn du zur Seite gehst, ganz tief gehen. Noch mal hoch, achte darauf, dass dein Rücken gerade ist und du wirklich vielleicht sogar in die Waagrechte tief kommst. Wenn die Füße geschlossen sind, dann wird es natürlich auch etwas wackeliger. Dein Gesäß schiebt dich nach oben. Immer noch. Geht noch, noch vier, drei, noch zwei, eine noch und aufrichten, locker gehen. Die Arme neben deinem Körper. Einfach mitschwingen. Wirklich ganz locker ruhig deine Knie etwas weiter nach oben ziehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Leise abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Komm, ruhig noch ein bisschen mehr. Du kannst ja auch ein bisschen im Zimmer umhergehen. Vielleicht noch schneller werden. Kreislauf aktivieren. Und dann wieder kleiner werden. Sehr gut. Nimm jetzt deine Arme zur Seite. Spann die Arme so richtig an. Und eug deine Unterarme zu den Schultern und öffne sie wieder kraftvoll. Und wieder lösen. Kraftvoll. Und weiter in Bewegung bleiben. Ein bisschen den Bizeps trainieren. Schultern tief. Immer noch. Geht noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und lockern. Ausschütteln. Auslockern. Richtig. Die Schultern auch entspannen. Und dann geh weiter. Ich zeige dir mal die nächste Übung oder den nächsten Schritt. Das ist nämlich ein Außen, 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 zur Mitte. Außen, Außen, zur Mitte. Mach mal mit. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Mitte. In der Mitte. Einfach einen kurzen Moment halten. Hin. Hin. Her. Hin. Hin. Her. Hupen. Immer noch den Puls etwas nach oben bringen. Geht noch. Komm. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bleib außen und geh hier ruhig mit den Knien nach außen, jetzt bleib in Bewegung, ganz locker. Die Arme gehen mit den Ellbogen an den Körper, Handflächen zeigen zur Decke, Schultern zurück und jetzt kraftvoll die kleinen Finger zurück, wieder lösen, den oberen Rücken stärken, also wirklich ganz kraftvoll rück und vor. Die Muskeln, die für unsere Aufrichtung so wichtig sind, immer in Bewegung bleiben. Halte jetzt die Arme hier und mach ganz kleine Ellbogen zurück, zurück, zurück. Super, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker weitergehen. Vorne auftippen und die Arme erst mal entspannt mitschwingen. Willst du dich an den Anfang erinnern? Linker Fuß, rechter Arm und umgekehrt ein Schnelldurchgang. Schultergürtel mitbewegen, vielleicht merkst du auch schon, dass es leichter geht als vorher. Sehr gut. Tippe einfach weiter, nimm deine Arme zur Seite und kleine Variante, mach deine Hände auf und zu und du tippst weiter nach vorne. Schultern bleiben tief, Arme lang, kräftige jetzt deine Unterarme, Finger und natürlich immer noch die Schultern. Schneller. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen und auslockern, nach außen tippen, locker lassen. Und unser nächster Schritt war, genau, außen tippen und die Arme hin und her. Wirklich immer dein Tempo. Große Bewegung. Ganz langsam auspendeln zur Mitte. Bleib hier in der Gräte und setz dein Gesäß ein Stück Tief, Füße gleichmäßig belasten. Komm hoch und jetzt hab das Gefühl, du ziehst die Füße nach innen. Innenseiten aktivieren. Tief, Innenseiten aktiv. Nochmal. Noch ein bisschen anders, oder? Als vorher. Als vorher. Durch das Zusammenziehen noch mal andere Muskeln. Noch acht. Sieben. один, sechs, fünf, vier, drei, zwei und einen Schritt zur Seite. ganz locker lassen ruhig die arme noch mal entspannt mitnehmen ellbogen führt die arme werden kleiner und eine runde noch kommt tief langsam kommt tief kommt hoch und tief wenn du möchtest ellbogen ran zurückziehen und nach vorne und hoch ich zeige es dir seitlich rücken gerade hoch und tief egal wo du jetzt gerade hingehst dein tempo versuch hier die balance zu finden das darf immer wackeln dann trainierst du noch viermal noch dreimal noch zweimal ein letztes mal und dann aufrichten gehen locker die arme super da hast du natürlich auch wieder etwas größer werden das heißt die knie etwas weiter nach oben ziehen ruhig noch ein stück höher kleiner gehen arme zur seite spannung richtig fest spannung in die hände zur faustballen die schultern ganz locker lassen und rechts und links im wechsel ran 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 genau körper mitte festhalten die schultern wahrnehmen geht noch acht sieben sechs fünf vier zwei einen locker lassen und einen schritt mit rechts zur seite zur mitte und links zur seite zur mitte und rechts und mitte du kannst auch locker deine hüfte mitnehmen mittel und rechts und mitte und links in spurt versprochen sieben sechs fünf vier drei zwei und gehen in der krätsche knie nach außen weitergehen schultern zurück kleine variation handflächen zum boden und jetzt ziehst du ran und schiebst nach außen ran und schiebst nach außen genau den oberen rücken immer noch mal die schultern die da auch halten wenn du die arme nach außen schiebst acht 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch einen und lockern, Beine schließen und wirklich lockern, Beine, Arme ausschütteln, fleißig. Richtig Energie verbraucht, Schritte gemacht, fett verbrannt, den ganzen Körper gestärkt, gibt auch Energie für den Tag natürlich. Jetzt tippe mit den Fersen nach vorne, lass die Arme rumpendeln, immer zu der Seite, wo dein Fuß nach vorne kommt. Genau. Das ein Bein vorne, stopp, ganz geraden Rücken nach vorne nehmen, stütz dich auf die Oberschenkel, streck das Knie, spür die Dehnung in der Rückseite. Vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Noch mal nach oben kommen, gleich wechseln, anderes Bein nach vorne, ganz gerader Rücken, Po nach hinten schieben. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Und dann langsam wieder nach oben, auslockern, Hände mit den Handflächen nach vorne, richtig zurückschieben, lass die Knie ein bisschen durchlässig. Brustbein aufmachen und ausatmen und ganz rund Finger verklinken und nach vorne ziehen. Noch mal Rücken aufrichten und noch mal rund werden. Aufrichten aufrichten und da bleiben, einatmen, strecken und lang ziehen, Arm, Boden, richtig die Füße mit bewegen. Auslockern, ausschütteln und vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön, sehr fleißig vor allem. Ich hoffe, dir ist auch warm geworden. Sehr gut. Wenn es dir gefallen hat, gern gefällt mir, drück einen netten Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, wertzuschätzen sozusagen. Der Link ist unter dem Video, da steht dein Unterstützung. Klick drauf und wähle aus, mit wie viel du das tun möchtest im Monat. Dankeschön. Ansonsten, klar, ich freue mich auch, wenn du ganz einfach so dabei bist. Vielleicht lädst du noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Oder wie gesagt, ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann.